Hallo Tata! Was haltest du davon, wenn wir zusammen Zähneputzen? Ha? Ja? Okay, tun wir das! Eins, zwei, drei, los geht's! Das war's! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und jetzt noch ein bisschen mehr. Schöne! Schöne! Und jetzt sind wir weiter tief. Aber nicht vergesst, auf der Seite und vorne und unten und oben und links und rechts und fort und hinten überall. Und das kannst du nicht vergessen und einmal um dich selbst drehen und Spaß haben. Und jetzt noch Spüle. Mein süßer Gagga, das hast du super gemacht! Ja, jetzt ist alles schön weiß und alles ist frisch geputzt. Mein Zähneputzen Spaß macht!